Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir darüber, warum du keine Angst vor anderen Männern im Flirt, in einer Beziehung mit einer Frau oder im Allgemeinen haben musst. Also willkommen zurück. Sprechen wir mal über das Thema andere Männer. Ein Thema, das gar nicht so ein kleines Thema ist und das ich öfter auch mal von Coaching-Tellernehmern gefragt werde, die sich dann sehr viel in Konkurrenz mit anderen Männern sehen oder sich vielleicht Sorgen machen, dass andere Männer kommen könnten und ihre Freundinnen stehlen oder irgendwas in der Art. Oder vielleicht die Sorge, die man so ein bisschen bekommt, wenn man in dieser Red Pill MGTOW Community unterwegs ist, dass man sich denkt, hey, sobald die Frau einen Mann sieht, der mehr Wert hat als ich, wird sie sofort zu ihm gehen in eine Beziehung. Das heißt, ich kann mich nie auf die Frau verlassen. Ich kann der Frau nie vertrauen. Und das ist genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich kenne das sehr gut von mir selber. Ich bin manchmal in der Stadt unterwegs und dann denke ich mir, hey, die Frau gefällt mir, ich spreche die jetzt an. Und dann denke ich mir manchmal auch, hey, guck mal, wenn ich sie jetzt nicht anspreche, dann spricht sie gleich jemand anders an. Und dann wird mir immer erst wieder klar, dass so viele Leute machen das ja gar nicht. Das ist ja auch der Grund, warum die Leute zu mir ins Coaching kommen. Das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt hier einen Beruf habe, sage ich mal, einen Job habe, weil das gar nicht so viele Leute machen. Also das ist die erste Sache, die klar sein muss im Bereich des Ansprechens. Ganz, ganz viele Leute sprechen die Frauen, die ihnen gefallen, überhaupt nicht an. Ganz, ganz viele Leute, ganz viele Männer wissen überhaupt nicht, was Flirten bedeutet. Und ich würde mal sagen, 95% der Männer sprechen keine Frauen an, 95% der Männer wissen gar nicht so wirklich, was Flirten bedeutet und wie man das macht. Oder machen es vielleicht einfach nur zufällig, wenn überhaupt. Das heißt, da ist die Konkurrenz schon mal einfach wirklich gering. Also da ist wirklich, du musst dir um andere Männer da keinen Kopf machen. Also am besten, du hilfst noch anderen Männern ein bisschen hoch, dass die auch mal zu was kommen. Und also es gibt da keine Konkurrenz. Es ist absolut konkurrenzlos. Was natürlich nicht konkurrenzlos ist, sind solche Gebiete wie Online-Dating. Online-Dating ist ein gutes Beispiel für ein Gebiet, das eben nicht konkurrenzlos ist. Da sind sehr viele Männer, auch sehr gut aussehende Männer und da geht auch viel über das Äußere. Deswegen Online-Dating, ganz andere Welt. Aber das reine Ansprechen, das Frauen kennenlernen im Alltag, das ist eine ziemlich konkurrenzlose Sache. Das ist Punkt Nummer 1. Aber das vielleicht viel Wichtigere ist die Frage des, okay, wird mir eine Frau verloren gehen in einer kurzfristigen oder längeren Beziehung, sobald sie einen Mann trifft, der interessanter oder mehr Wert hat als ich. Wie sich das genau ausspielt mit dem Mehrwert, ist natürlich jetzt so eine Frage. Also Mehrwert könnte bedeuten, dass er signifikant attraktiver ist, einen viel besseren Job hat, viel cooler, entspannter ist, viel besser im Flirten ist. Auf all diesen Ebenen, die wir immer durchsprechen oder Status zum Beispiel, auf all diesen Ebenen könnte dieser Mann besser sein und, oh mein Gott, kann ich der Frau überhaupt vertrauen oder werde ich da meine Beziehung innerhalb von Sekunden und Minuten, vielleicht Monaten, verlieren, wenn da ein anderer Mann kommt oder sie einen anderen interessanten Mann kennenlernt. Und auch hier an der Stelle kann ich dich beruhigen. Ich meine, natürlich kann das passieren. Das kann immer passieren. Das ist, glaube ich, soweit klar. Was man aber verstehen muss und was dann auch manchmal in dieser MGTOW und Red Pill Community so ein bisschen verloren geht, ist ein psychologischer Faktor, den man immer im Kopf haben muss. Nämlich, was für dich spielt, wenn du mit einer Frau zusammen bist, ist, dass ihr eine gemeinsame Zeit habt. Ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit und diese gemeinsame Vergangenheit, die bindet euch eben zusammen. Das kannst du dir dadurch zum Beispiel verständlich machen, dass die, wenn du jetzt eine Frau auf der Straße kennenlernst und ihr habt kurz miteinander geredet und sie hat da vielleicht einen anderen Kumpel oder einen anderen Typen, den sie schon seit längerer Zeit trifft, wenn du dann fragst, hey, wollen wir uns treffen? Und der andere würde auch fragen, den sie schon länger trifft. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit diesem anderen trifft, ist einfach viel, viel höher, weil sie halt schon genau weiß, wenn ich mich mit diesem treffe, dann ist es eine coole, schöne Sache und es gibt hier keine Downside. Das heißt, ich kann hier eigentlich nichts verlieren. Das ist eine sichere Sache. Das setzt natürlich voraus, dass das Zusammensein mit diesem Typen schon ganz gut ist, wenn die den überhaupt nicht abkann. Klar, dann hast du natürlich eine gute Möglichkeit. Aber gemeinsame Erfahrungen, das schweißt eben zusammen und du wirst immer die sichere und entspanntere Variante sein. Die neue Person, der neue Mann wird immer eine gewisse Möglichkeit auch haben, dass ein Verlust daraus entsteht. Und das ist natürlich klar, wenn sie sich dann von dir trennt, um vielleicht mit diesem anderen Mann was zu haben, dann verliert sie hier erstmal eine ganze, ganze Menge, also richtig viel. Und dann ist ja immer noch die Möglichkeit da, dass sie halt mit diesem anderen Mann Verlust macht, weil sie weiß ja noch nicht so genau, ob er ein Gewinn wäre sozusagen, wenn man das mal in diesen Begriffen sieht. Und deswegen ist es ja natürlich möglich, dass dir eine Frau verloren geht durch einen attraktiveren Mann, was auch immer attraktiv ist, bedeutet. Wie gesagt, da gibt es ja mehrere Ausprägungen, die man sich angucken kann. Ja, natürlich ist das möglich. Man kann nie sagen, das ist unmöglich. Aber wenn du wirklich in einer Beziehung bist mit einer Frau und die ist schon eine Zeit gegangen und ihr habt schon eine Zeit miteinander verbracht, also ich meine jetzt nicht, oh, ich habe sie zweimal getroffen innerhalb einer Woche. Boah, jetzt bin ich absolut sicher, dass da kein anderer Mann kommen kann. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt noch nicht so die mega lange Zeit. Aber auch das hebt dich normalerweise schon über einen neuen Mann, den sie vielleicht zufällig kennenlernen, theoretisch. Aber wenn du wirklich mit deiner Freundin über ein paar Monate, und das ist ja nun wirklich keine lange Zeit für eine Beziehung, über ein paar Monate du zusammen bist, dann musst du dir da nicht so den Riesenkopf drum machen. Also, wie gesagt, möglich ist es immer, möglich ist es auf der Straße oder dass Männer sich Sorgen machen, oh Gott, was ist denn, wenn ich eine Frau auf der Straße anspreche und da kommt ein anderer Typ dazu. Das passiert einfach nicht. Das passiert einfach nicht. So im Club vielleicht. Eigentlich passiert das nicht. Nein, das passiert eigentlich nie. Es gibt in diesem Gebiet eigentlich keinen Punkt, wo du dir irgendwo Sorgen um andere Männer machen müsstest. Das kannst du dir wirklich sparen. Die Idee kannst du dir wirklich schenken. Einzige Ausnahme ist halt Online-Dating. Das ist einfach schon so ein Bereich, wo natürlich viele Männer unterwegs sind. Einfach auch, wo es sozial anerkannt ist. Also, es macht einfach jeder. Kann man einfach so machen. Da ist natürlich schon eine gewisse Konkurrenz. Das ist klar. Aber genau deswegen konzentrieren wir uns ja auch hier auf alle Bereiche und speziell auf den Bereich des Alltagsflirts, sage ich mal. Also, nenne ich es jetzt mal, auf den sich halt niemand konzentriert, weil niemand weiß, wie das geht und weil sich niemand traut. Und deswegen in Beziehungen, so wie beim Kennenlernen, du hast eigentlich keine wirkliche Konkurrenz. Also, das ist eine ganz konkurrenzlose Sache. Klar, natürlich, wenn du in der Beziehung, jetzt in der Beziehung scheiße läuft und ihr habt immer nur Streit und es läuft überhaupt nicht gut, dass dann unter Umständen ein anderer Mann irgendwann da reinkommen könnte, das ist jetzt nicht so abwegig. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keine neue Information oder eine Information, wo du dir denkst, oh, das geht ja gar nicht. Macht ja auch irgendwo Sinn, sage ich mal. Ich will damit nicht sagen, sobald es schlecht läuft, haut jede Frau ab. Überhaupt nicht. Aber wenn es dann über eine lange Zeitraum schlecht läuft und sie dann irgendwo einen anderen interessanten Typen kennen, dann kann es natürlich mal sein, dass sie da, ja, ein bisschen mit diesem Typen den vielleicht näher kennenlernt und so weiter. Aber selbst dann hast du hier immer noch, du hast diese geteilte vergangene Erfahrung und die wiegt so, so viel. Also dich zu verlieren hat so eine theoretische große Negativseite. Das passiert wirklich, wirklich nicht schnell. Und das kannst du auch erkennen, wenn du Beziehungen in deiner Umgebung beobachtest. Ich kenne das auch von meinen vergangenen Beziehungen. Selbst wenn eine Beziehung sehr, sehr scheiße läuft, ist es noch so, dass man sehr, also die Leute bleiben tendenziell sehr lange in der Beziehung. Und ich hatte das auch mit einer Ex-Freundin, mit der ich dann wirklich fast noch ein Jahr zusammen war, wo es eigentlich schon nicht mehr so richtig lief, weil halt niemand von uns, ja, wir wollten halt, oder wir hatten Angst vor der theoretischen Downside, vor dem Verlust, den wir machen würden. Und deswegen, sobald man eine geteilte Vergangenheit miteinander hat und je mehr das wird, desto fester ist das. Und das ist wirklich nicht so einfach zu lösen, wie manche Leute das vielleicht glauben. Deswegen brauchst du wirklich kein Konkurrenzdenken an den Tag legen und musst dir in diesem Gebiet einfach keine Sorgen um andere Männer machen. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden und für dich auch nachvollziehbar. Teil gerne deine Geschichten mit mir. Wie ist da vielleicht deine Erfahrung? Ist das ein großes Problem für dich? Vielleicht auch nicht. Hast du vielleicht Tipps für die anderen? Und natürlich sehen wir uns übermorgen im nächsten Video wieder. Hier kannst du den Channel abonnieren. Drück auch die Glocke. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben. Und hier kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.